das war gut das war sogar sehr gut dann geh du mal bitte hier hinter der ecke jetzt versuchst du mal den mech sehr geil gekillt geht doch das ist mir doch scheißegal aber ich habe sie erledigt objekt gesichert ich fasse es nicht alter das wird erst mal ein bisschen heilen so einmal du dann du bitte sehr gut jetzt wird auch noch du auch so du bitte auch so zweimal kann ich noch heilen dann bitte einmal die und dann einmal den noch so die alien aktivität nicht sofort weg ist dann wird irgendwo noch was sein aber ich will den eingang das war da hin holtche das war das war das war ich will also das war die die Ich bin dabei. Sporte los. Hm. Bewegung, Bewegung. Woher kommen diese Geräusche? Ja, aus der Raffinerie da. Woher denn sonst? Was meint ihr denn? Ist ja wohl klar. Wäre auch ein Ding, wenn die da... Ne, das... So freigeben hier. Ach, die müssen noch nachladen, okay. So, da kommst du auch mal rein. Schnipper. Genauso wie der andere Schnipper, da kommst du auch rein. Auf jeden Fall. So, Schnipper 2 kommt auch rein. Bin gleich da. Was war das für ein Geräusch? Eigentlich will ich da gar nicht wissen. Echt mal. Ich hab sie immer noch nicht gesehen, gefunden. Das ist ja der Shit. Da. Ne. Werde ich schon tun. Obwohl ich mich immer noch nicht verstehe, wo. Oder wo das sein soll. Die Feindbewegung. In dem Raum da, oder? Schnipper. Kommt ihr auch mal hervor? Wählt es schon mal da ein. Äh, du kommst auch mal nach vorne. Und du auch? Hm, verstehe ich nicht. Wollte auch schon sagen. Ja, genau. Erstmal voll auf den Kern da ballern. Kommt du mal da hin. Du siehst, mit 29% probierst du mal. So, war getroffen. Hebein. Muss man ja sagen. War klar, dass er schießen kann, ne? Und trifft. Mein Gott, ey. Ist nicht wahr. Hilfe! Ich brauche Hilfe! Hm, achte so abgeknallt in ein paar Anik. Auch nicht schlecht. Oder fast abgeknallt. Wo will er denn hin? Tja. Gut, dass du hier auch ein Fenster blicken. Selbst schuld. Viel neutralisiert. Scheiße. Daneben. Der hat getroffen. Sehr gut. Habt ihr das gesehen? Begeistert bin ich. Ja, gut, das ist jetzt nicht so schlimm, wenn die in Panik ist. Scheiße, die sieht den nicht da hinten. Du siehst ein. Aber mit 60% ist natürlich ein Witz. Deswegen gehst du mal... Einfach mal hier hin. Schleichst du dich schon mal ran? Müssen wir uns natürlich gucken, dass wir den irgendwie kriegen. Da hinten. Du bleibst mal da. Er muss sich nicht bewegen. Hallo? Ernsthaft? Ist ja nicht wahr. Panik entfernt. Ach, du musst da außen rum. Nein. Warum den nicht durchs Fenster, du Kuh, du Blöde? Ach, Mann. Alte Sumpfkuh. Scheiße, ich sehe den gar nicht. Pass auf, dann geh mal hier hin. Versuchen mal, den zu treffen. Weil wenn die Alte frei ist, das reicht eigentlich vollkommen. Sehr gut. Weil wenn die nämlich frei ist, hat er ein kleines Problem. Und scheiß. So sieht's aus. So, hier kommen wir bitte jetzt auch vor. Ich glaube, das war jetzt mit den Airlines, hoffe ich mal. Und vor allem, wie lange die jetzt alle dann verwundet sind, ey. War eine Kack-Mission eigentlich. War eine schwere Mission. War schon heftig. Jetzt. Sagst du. Ach, nö. Ach, nö. Warum denn? Du rennst schon mal davor. Du bist die wichtige Person. Oder wichtigste. Glitch. Du bist auch fast tot. Leider. Du kommst auch mal dahin. Wenn ich Glück habe, kann ich gleich in der nächsten Runde alle evakuieren. Wenn ich Glück habe. Das lass ich mir nicht zweimal sagen. Weil die sind alle direkt davor. Und darum kann man hochklettern da vorne. Wird erledigt. Ja, da kommt die Verstärkung. Wie gesagt, wenn ich Glück habe, komme ich direkt raus. Mit allen. Ja, da kommt die Verstärkung. Ja. 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 So hoch da. Und raus. Wo kommt der denn her? Bereit zum Abmarsch. Raus. Du auch. du aus da kann man nicht nach vorne das ist ein witz doch mal wohl warum sieht jetzt anders umgelaufen ich auch keine ahnung du aus und du auch nix so bauen und raus so erst einmal in richtung fertig wohl sehr schön wir haben dort getroffen wo es weh tut dies war eine abschluss mission die letzte stream legt mich am arsch die war hart die war wirklich hart jetzt die mission muss ich sagen aber egal wir haben die erste geheimen laboreinrichtung oder was auch immer fertig gemacht das heißt die erste dicke mission ist eigentlich erledigt zum glück und wir haben glaube ich zwei uhr oder so fast ja fünf stunden stream so lange wollte ich eigentlich gar nicht aber egal du bist scharf schütze alle ziemlich verwundet hier da ist die beute fiole schafft wird es sicher einiges an zeit und ressourcen kosten den wahren zweck dieser substanz zu erforschen ich beginne sofort mit den vorbereitungen für eine gründliche analyse commander die abläufe innerhalb der geheimeinrichtung scheinen noch besorgniserregende zu sein als ich zunächst befürchtet hatte die aliens haben zweifelsohne etwas schreckliches begonnen sehr schön unsere schlagkraft schwindet commander wir sollten im hauptquartier des widerstands neue rekruten suchen die aliens nutzen eine verschlüsselung die wir noch nie gesehen haben geschweige denn verstehen wir müssen den code irgendwie knacken aber das wird wohl eine weile dauern wir müssen noch drei sollte eigentlich reichen erstmal alter alle verwundet hu das ist hart blitzangriff ok 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 gut dann würde ich sagen ich bin jetzt erstmal den stream und ich bedanke mich bei denjenigen die zugeschaut haben natürlich und erstmal wieder auf youtube beenden und ich würde sagen machen wir mal neu dann nehmen wir mal let's play so danke auf youtube sage ich natürlich auch tschüss und wie immer einen schönen tag einen schönen abend wie auch immer ich hoffe wir uns beim nächsten mal tschüssingen z vain z vain z vain z vain z van z vain Vielen Dank.